Okay, so viele kamen da jetzt auch nicht. Ey, nee. Was soll ich denn? Ey, was ist das jetzt? Oh mein Gott, ich hab ein Katana. Traum. Boah, ich will ne Ding. Wie heißt das? Warum lag da grad ein Medi-Pick? Das war meins, weil ich Brandmoney aufgestellt hab. Ach so. Muss ich die Vibrillator jetzt? Keine Ahnung. Hä? Ich bin verwirrt. Oder das war die Brandmoney-Ziebung? Kann auch sein. Das kann gut sein. Komm mal! Was geht hier los? Der lebt immer noch, ne? Bitch. Ach, die da, Alter. Wer? Ich mein, die sind die Femm-Sie. Nein, ich lauf genau da rein. Yo, was geht's? Ach du Scheiße. Ich lauf mir nicht. Ich hasse meine Waffe, Alter. Welche hast du denn? Bitte? Ja, ich will grad schon rein. Tank. Und ich hab kein... Wo? Ich hab kein Life mehr. Ich soll's mich mal verarsten, ne? Kannst du mir Deckung geben, aber ich weiß nicht, warum ich... Oh Gott! Ich bin tot. Scheiße. Der hat mich genau abgeworfen, der tötet mich. Nein! Scheiße, was? Ich muss erst im Tank. Oh, noch war grad voll der Fail. Ich hätte mich im Hai im Sinn. Scheiße! Oh Gott! Renn einfach weg! Cindy! Renn weg! Genau, komm erst mal zu mir. Proste! Proste! Ach, nö. Nein! Nein! Der sollt... Ich muss stehen verarsten, jetzt bin ich nicht ganz klar. Scheiße! Oh Gott! Okay, jetzt geht's dir aber ab, oder? Alter! Ey, scheiße, Mann! Komm, Mann! Komm, Mann! Ey, wo ist denn Weapons? Ey, das war grad echt schon voll. Krass! Ist so. Vor allem, wie die dich weggefloppt hat. Geil! Oh mein Gott, hier ist Waffe. Ja, ich liebe diese Waffe. Mensch, ich will mal ein Stier, wenn man nachher fliegt. Ich will's nicht riskieren. Nein. Wow, das war doof. Er hat das Ding zum Explodieren gebracht. Stirb. Ist ja nicht so, als hätte ich schien. Äh, war ich das jetzt? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Vieh ist, ne? Ich glaube, es ist bitter. Ja. Nein. Da ist es bitter da oben. Hunter unten. Oh, ich wollte das Drecksvieh gerade töten. Mein Gott. Oh Gott. Das ist da unten, ne Pistole. Boomer-Kotze, das braucht kein Schwein. Wie ein Mini-Effekt da, ey. Obwohl. Ne, das will ich aber nicht verbrochen. Falls ein Tank kommt. Oh mein Gott. Komm her. Meinst du, hier kommen jetzt welche? Ja. Hä, hau, zurückgehen doch, Digga. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das abgeschossen hab. Char-char. Oh. Das macht der mich nicht mehr kommen. Mensch, Kerim. Was denn? Jetzt hast du die Mäuse aufgeweckt. Nein. Doch. Nein, hä? Doch, ich stand doch. Ja, Mann. Ja, was hab ich denn gemacht? Aus dem Auto geschossen. Ja, ich hab... Ich hab meine Pistole in der Hand gehabt. Ich bin jetzt mit dem Katana dran gewesen. Lol. Mein Gott. Hey, wo ist denn jetzt meine fucking Waffe? Oh. Jockey, 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 Jockey. Wo ist denn? Wie ich so immer auf mich mache. Ich spiel mich immer aus. Wo bin ich durch, ey? Okay, gibt's die Munition? Ja. Ist gut. Wo ist mein Medipack? Das hast du benutzt. Echt jetzt? Ja, wo der Tank kommt, weißt du nicht mehr. Ich hab ne Witsch, Witsch. Ich schwör. Hey, da ist ein Boot. Was ist das? Ach, der ist ja da hinten. Wo ich schieße dir gegen das Haus? Ah, da ist die Witch. Die Witch. Wie die aussieht, ey. Ich will's nicht riskieren. Ja, die rastet aus, ne? Ich weiß zwar nicht, wieso. Ich bin irgendwie die ganze Zeit gerade so still. Ich auch. Voll konzentriert hier. Reloading. Reloading. Hier alle. Reloading. Okay, Leute. Ach Gott. Ich bin schon wieder so langsam, aus irgendeinem Grund. Ich auch. So wenig. Ich hab voll wenig Leben, nur noch das Leben. Ich hab 38. Der weiß richtig mega, wo's lang geht, Digga. Der geht schon richtig ab so. Ja, guck mal, wie der auch schießt, Alter. Der ist richtig gut. Ich kenn mich nicht mehr offen, ehrlich zu sein. Ich hab die Maps auf Hammer gespielt, aber... Ich... Ich trete nicht mehr einfach hinterher. Ich zieh nicht. Oh Gott. Das. Midi-Pack. Midi-Pack, Midi-Pack. Oh mein Gott, ich hab Midi-Pack. Was labbert denn? Keine Ahnung, hier. Ich hab grad wirklich Bock auf Tzatziki. Alle sägen dir. Alter, ich liebe Tzatziki. Oh, ich hab Tzatziki, glaub ich nur. Vielleicht erst mal Cracker reintauchen. Tauchen. Rein tauchen. Ah. Oh Gott. Ah. Ich bin immer dein Daddy, ich muss immer aufpassen. Die gehen immer auf mich. Ja, das sieht irgendwie geil aus. Ah, jetzt weiß ich, was kommt. Oh nee, hier ist man richtig langsam. Ich hab hier mal oft Versus gespielt. Oh mein Gott. Schreibt der Go. Quo. Huch. Ey, wie geil. Ey, das ist voll cool. Ich... Ich... Ich bin immer so langsam hier grad. Oh mein Gott, der... Hier geht alle weiter, ne? Der steht hier, ne? Bitch. Ich muss mich heilen. Ah, ich muss mich heilen. Verpisst euch alle. Wieso kommen die alle auf mich jetzt? Hinter dir, hinter dir, die helft dem. Oh Gott, wo ist der jetzt? Oh. Ich werd bekloppt, jetzt lieg ich am Boden. Ah, du auch. Ja, weil die hästige, boah. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich wollt mich heilen und dann kam die auf mich. Toll. Nein, nein, das kann nicht sein. Oh Gott. Oh Gott. Es besteht noch Hoffnung, meine Lutz. Ähm. Okay, ich heil mich nur besser. Sonst seh ich rot, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, endlich. Ich weiß nicht, wo du bist, da hinten. Ja, hi. Guten Tag. Oh, scheiße. Don't need a Medi-Pack, ne, übrigens. Wo? Ich glaub, da gehen wir jetzt aber eh gleich spontan. Wo? Oh, okay. Oh, mein Gott, nicht du. Oh, süß. Hält dir dich jetzt? Ja, Mann. Oh, das mach ich nicht. Soll der Mail-Ding... Wo ist der Scheiß? Hey, ich seh keinen Tink. Ich auch nicht. Oh Gott, doch. Echt? Aber wo ist der? Ne, ich hab ihn gespürt. Ich glaub, das war wegen der Bombe oder so. Lass mal runtergehen. Hey, ich bin unten schütt. Hey, wohin geht ihr? Hier ist ein Medi-Pack. Ich will das noch eben holen. Ah. Geht alle weg von mir. Hey, was machst du denn? Ja, ich will das Medi-Pack. Wir sind schon 30 Kilometer weiter. Ja, wait. Okay, scheiß Zombies noch eben. So, jetzt schnell rennen. Geh weg! Lass mich in Ruhe. Boah. Wenn jetzt irgendein Vieh kommt, ne? Ich höre, der kriegt Aggression wegen dir, gell? Scheiße, ich bin fast runtergefallen. Hat dich ein Zombie runtergeschickt oder bist du runtergefallen? Nein, ich dachte, man kann hier so runter. Ich bin gesprungen. Ah. Ich habe dich. Du wirst nicht fallen. Hier, lass mich dir helfen. Weapons! Okay, hier muss man landen. Boah, voll unübersichtlich. Charger! Okay. Achso, ich wollte den hier heilen. Wofür habe ich das Medi-Pack geholt? Ja, egal. Äh. Sniper. Da ist noch eine. Hier ist eine Ridge. Oh Gott. 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 Hallo, spring doch! Ah! Was? Oh Gott. Scheiße. Scheiße. So. Ja, hier kann man passieren. Wie fühlst du dir? Moses, was nicht mine. Up we go. Hier, warte mal, schau dir mal. Dann stehe ich dir hier noch. Jetzt halte ich mich selbst. Warte doch. 5 Meter weit entfernt. Ah, hier ist Ding. Schutzraum. Okay, gut. Okay. Dann sind wir gleich schon in der Rettung. Lol. Ich überlege gerade, ob ich meine Waffe wechseln soll. Näh. Also, ich behalte die Sniper jetzt, glaube ich. Oh Gott, Alter. Jo, letzter. Oh, oha, oha. Dafür gibt es einen Bonbon. Dankeschön. Vielen Dank.